Also ihr süßen Puppies, ich muss euch zeigen unseren schicken, bunten Pavillon. Die Lichter sind original 70er Jahre. Ich habe noch einen Preis auf dem Karton gefunden. Wir lassen jetzt den Abend ausklingen. Mein Wein ist fast alle. Ich esse ein paar Chips. Ich habe noch ein bisschen Schmorkohl gemacht. Da kommt mein Mann durchs Bild. Und die Silvia von Salon Haarschaf in Arim hat gesagt, sie rettet mir am Dienstag meine Augenbrauen. Ich bin total dankbar dafür. Mal gucken, was das wird. Also ihr Süßen, ich wünsche euch allen noch ein... Oh, guck mal, diese bunten, schönen Lampen. Original 70er. Soll ich mal ein bisschen näher ran gehen? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wartet mal. Das ist fantastisch. Ich finde die total cool, weil damals hat man noch universal gedacht. Weil wenn du die abmachst, hast du eine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Die waren doch früher total praktisch. Kussi.